Hallo Leute, was geht mal wieder? YouTube Gamescom ist hier am Start und ich spiele heute mal Black Ops 2 in Multiplayer-Modus, suchen und zerstören. Hab dabei die L-Sat angepasste Version und das geile Kampfmesser, was ich so liebe. Burn. So. Polizei Auto, jetzt muss ich aufpassen. Jetzt muss ich aufpassen. Boah, was war das? Eine Bombe oder was? Oh je, oh je, jetzt wird's gefährlich. Jetzt wird's gefährlich. Ich lauf hier rum. Ich lauf hier rum, aber ich hör nix. Ich hör nix. Da vorne liegt schon eine Mine. Es Mine zerstört. Weiter geht's. Kann ich in den Bus eigentlich rein? Oh, geil, ich kann da rein. Oh, wie geil. Boah. Alter, ich will runter. Was denn das? Was steht da? Das will ich ja mal wissen. Out of Service. Jo, danke. Sieg erzielt. Wow, 1 zu 0. Das läuft schon mal sehr gut. So, gucken wir in die nächste Runde auch, der läuft. Hier schauen wir uns einfach mal das Intro an von Massaker 38. Hörn, schön weg. Schön vorne hinten. Mit Schalldämpfer drauf, damit man mich gar nicht hier erst ordelt, Alter. Du bist ja ein richtig frecher, du. Oder vorne, der hat CH drin. Schweiz. Ich komm ja auch in der Nähe aus der Schweiz. Aber ich geh schon wieder links. Ich muss wieder links. Das geht's nicht. So. Jetzt muss ich erst mal die Bombe mir irgendwie besorgen. Die muss ich erst mal kriege. Weißt du, die Bombe? Ob das ist richtig ein badischer Dialekt? Das wollte ich eigentlich vermeiden. Wäre ja eigentlich auch ein badischer Dialekt, wenn ihr das vielleicht wisst. Boah, ich... Jetzt hab ich Angst, Alter. Jetzt hab ich richtig Angst. Eigentlich spiel ich so und zerstörer nicht, weil ich da immer... Weil ich da immer tot bin, da krieg ich immer Panik. Da krieg ich Peir... Ich dachte, ich grad Marihuana wächst da. So, jetzt muss ich die Tod... Oh, nein! Oh, Lego! Rocky! 99! Level 53! Prestige 0! Vor und hinten! Nein! Oh, naja, der hat mich doch noch erwischt. Aber das macht gar nichts. Wir kommen uns einfach jetzt mal das letzte Intro an, hier, der noch drin ist. Das ist der Braun Johnny. Der GH hat er drin und hat diesen Laseraufsatz drauf. Schalldämpfer. Eigentlich sehr gute Sache, was man sagen muss. Schalldämpfer natürlich. Man wird nicht entdeckt als Feind. Also besser gesagt auf der Karte als roter Punkt, wie ihr vielleicht auch wisst. Und natürlich, er kann jetzt einfach hier schön auf der Map rumlaufen, kann jetzt hier die Bombe nehmen und... Weiß ich gar nicht, hat der Bob eine Bombe? Naja, nicht. Er muss jetzt auf jeden Fall in Punkt B... Oh, die Bombe ist explodiert. Und wir haben jetzt ein Siegerziel. 2 zu 0. Ziel wurde ordnungsgemäß zerstört, würde ich sagen. Und jetzt machen wir einfach noch eine dritte Runde. Weil es gerade so Spaß macht, hier der Braun Johnny von hinten. Guckt euch an. Er ist ein bisschen verschoben und dann nach links hier in die Eier rein. Dann nach vorne in den Rücken. Das führt natürlich schlussendlich zum Tod und jetzt können wir einfach nochmal nach vorne. Hab natürlich wieder die Elsa dabei. Aber diesmal werde ich die Bombe über mir besorgen. Wir haben die Bombe, meine Freunde. Jetzt muss ich erst mal nach vorne. So, alle, alle. Mit der wieder der Elsa. Tut mir leid, dass der Bildschirm ein bisschen flimmert. Tut mir echt leid. Schaut es ein bisschen weiter weg an. Exit! Oh, shit! Los auf die Beine, meine Freunde. Nein, meine Freunde, ich wurde erledigt. Ich wurde erledigt von einem. So, Daten. Aber so wenigstens. Alles ist der mit Schalldämpfer. Oh. Ja, da wurde wieder eine Braun Johnny wieder am Anfang. Ich gucke jetzt einfach mal auf die Scoreliste. Zack, da bin ich schon. Sorry, die habe ich mal gemuttet. Sonst wird es zu laut, weil ich habe die Unterne. Jetzt haben wir eine Niederlage. FBI wurde ausgestaltet. Zoweit zu uns. Müssen wir uns aber in der nächsten Runde aber richtig anstrengen. Jetzt schauen wir uns das Intro an. Oh, hier wurde Thermaleinstieg gesetzt. Oh, schön. Erst hat einem das Zielgängig getroffen, dann noch ein Kopf und das... Halbzeit, Zeitenwechsel, das kommen, das regeln wir. Das regeln wir jetzt. Natürlich suchen wir uns das. Was denkst du nennen? Natürlich auf der Playstation 3, Digga. Was sonst? Waffe leer. Sekunde. Wupp. Ich kann doch nicht auf die Rücksicht nehmen, Digga. Ich muss selbst überleben. Sohn und zerstören, Digga. Boah, das hat schon ein Feeling. Das hat schon ein Feeling, die Map. Rutschen. Woh. Ich bin ausgerutscht. Oh, ich bin ausgerutscht. Dieses blöde Schild. Warum steht da ein Schildebauch? Aber das macht gar nichts. Weil wir gehen jetzt mal zu Crank. In TX hier. Crank. Hat er auch Schalldämpfer drauf? Komm schon. Jetzt leg die Waffe. Haben die alle Schalldämpfer drauf, Digga? Also Schalldämpfer scheinen ja gar nicht mal schlecht zu sein hier. Boah, legt das. Das ist die MSWD angepasste Version hier. Oh, komm schon, Digga. Renn. Renn, Wu. Rennspäinchen, Renn. Renn, 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 Renn. 3 zu 1. Das war es eigentlich schon wieder von der RemiDuke Gamescom auf der Playstation 3. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. See you later, alligator. Und wir schauen uns einfach das letzte Intro an von Russia. Das war es. Ciao, bis dann. Bis zum nächsten Mal.